Willkommen zu euch bei South Park. So, ich weiß jetzt gar nicht, war man hier eigentlich schon drin? Ja, das war die Hütte. Alles klar, wir wollten zu Mosquito. Ist er hier schon drin? Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass ich da schon immer in dem Telefonladen war. Ne. Oh, noch nicht. Ich gucke mich erst mal um. Ich liebe es Leuten, zwei Jahresverträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Haha, ja, das liebt ihr alle. Das ist genau wie in echt, diese T-Mobile-Läden. Hier stehen drei Verkäufer rum und kein einziger Kunde ist drin. Und wenn fünf Kunden drin stehen, ist nur ein Verkäufer da, weil die alle Pause machen. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Gar nicht. Ich habe neues Zubehör. Danke für deinen Einkauf bei D-Mobile. Äh, ich wollte mich mal... Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Fuck you, Alter. Willst du ein Vertrags-Upgrade? Nur zu verständlich. Ne, ihr Typen. Gebt mir gerade viele Nüsse. Was ist das hier? Oh. Ah ja, das ist die Seitengast. Ich muss ja... Ich muss ja ins Raisins. Traumfläsch... Fläschchen. Das müsste hier sein. Kann ich auch näher ran. Nö. Aber ich bin da, glaube ich, richtig. Macaroni-Tiefgepackung mit Mystery-Meat. Okay, hier geht es nichts weiter. Da geht es ins Raisins. Ist jetzt lang. Okay, da geht es nicht lang. Also geht es nur in die Richtung. Ups. Okay. Warte mal. Oh, da ist... Alter. Ein Dixi-Klo. Olaf's Postcard. Wer bist du? Niemand. Wo bin ich jetzt? Medical Fried Chicken. Das ist so geil. Ja, das ist... Wir haben fünf Sekunden. Okay. Das war der Folge mit medizinischem Marihuana und Kentucky Fried Chicken. Da wurde Kentucky Fried Chicken verboten und dafür eine Apotheke mit medizinischem Marihuana gebaut. Und Cartman ist da ausgerastet, weil er ja gerne KFC-Fraß frisst. Und das war dann halt überall verboten. Und Randy fand das voll geil, weil es überall medizinisches Marihuana gab. Und er hat das dann voll ausgenutzt und hat sich erstmal Krebs besorgt in der Mikrowelle. Hat seine Eier da reingehangen. Und war dann nur noch voll drauf und ist dann auch irgendwann, weil sein Sack durch den Krebs richtig groß geworden ist. Ist er dann immer auf seinem Sack rumgehüpft, wie so ein Gummiball. Wie so ein Hüpfball aus Gummi. Hat er dann halt seinen Sack benutzt. Und ist drauf rumgehüpft mit seinen ganzen Kollegen. Und die waren dann nur noch dauerbreit. Da war eine Katze. Oder Katze? Die geht ja gar nicht lang. Was ist dieser beschissene Moskito-Typ? Ich bin hier falsch. Ich muss da weiter nach links. Hier hoch komme ich jetzt auch gerade nicht. Ne. Okay. Die Baubahn geht es auch nicht. Aber die Schüssel kann ich glaube ich cracken. Toll. Geht die Leiter da irgendwie runter? Nein. Die Tasche habe ich schon geplündert. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden... Terminiert. Hey Neuer, komm vorbei und arbeite mir in deinem Outfit. Du brauchst Hilfe echt jetzt. Super Fashion-Notfall. Ja. Oh geil. Hähnner Bären. Ich erinnere am coolsten von dich, Clarence. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Wonder Woman's unsichtbaren Jet? Oh ja, ich erinnere. Das ist doch geil. Ach, herrlich. Das ist das Raisins. Moskito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Mh, Wings und Bräute. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ich komme gleich rein. Rotzfahne. Bio-Gefahren. Gut. Dann mal rein ins Raisins. Hi und willkommen im Raisins. Nur eine Person? Dann komm mal mit, Süßi. Süßi. Tut mir leid. Ich folge nur Psychikan. Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Hier, Schnucki. Tut mir leid. Ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Ich mache nur Selfies mit Assassinen. Da stehe... Hier, Schnucki. Noch ein bisschen Wasser. Alter. Great Limo. Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich. Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls eine Menge Wings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Noch eine Lade Wings, Süßi? Na, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Verschwinde, das sind meine Frauen. Welcher Superhelden bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission! Meine Superhelden-Kollegen, ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen. Moskito weiß genau, was ihr hier versucht. Äh, was soll das denn heißen? Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Okay, hier hast du die Rechnung. Haha, von wegen? Ihr wolltet mich verführen, das zahle ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Wings-Kopf. Kampflos werden die uns nicht gehen lassen. Wart mal los! Oh oh, gegen die Raisins Girls. Äh, ja. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhnen and Friends anzulegen. Bestellt ihr Süßen! Mit wem darf ich hier nicht spielen? Oh, der ist bezaubert. Willkommen im Team. Dich müssen wir komplett umstylen. Prügeln wir mit dem Moskito wieder Verstand ein. Wirklich, Jungs, die Wings sind echt gut. Ah, ihr seid für unser junges Glück. Die haben den übernommen. Moskitos bezaubert. Benutze den Untersuchungsmodus, um mehr darüber zu erfahren. Und ab die Post. Jaja, ist mir schon klar. Moskitos bezaubert Status erkennst du an dem Symbol unter seiner Gesundheitsleistung. Also ein Debuff. Drücke A, um den Detailmodus zu starten. Hier kannst du die Effekte von bezaubert sehen und wie lange dies noch anhalten wird. Greif deine Verbündeten an, halt und verstärkt deine Gegner einzugverbleibend. Oh, scheiße. Wir sind dran. Jimmy! Kacke. Eine Portion Wings klingt tatsächlich gut. Geh mal hier hin. Hier gehe ich auch nicht. Scheiße. Oh, Jimmy steht wieder so. Kacke, ey. Dann halt hier vorne hin. Nehme ich die oder die? Ich nehme... Ja, Schnauze, Jimmy. Ach, der mal einer. Oh, die sind gar nicht so schwach, die Tanten. Toll, jetzt treffe ich wieder rein. Gibt es da hinten eigentlich eine? Scheißchen. Oh, da treffe ich aber Jimmy mit, oder? Alle Feinde in einer Reihe. Da steht aber auch Feinde. Darf ich das machen? Soll ich das mal probieren? Ich probiere das mal aus. Ich weiß nicht, ob ich mich dann selber treffe. Da steht somit, das trifft alle Feinde in einer Reihe. Ich weiß nicht, ob das scheiße übersetzt ist. Boah, ich vermute mal, dass ich meine Leute dann auch treffe. Hm. Testen. Nö. Nur die Feinde, cool. Gut, dass das jetzt weiß. Aua, au. Hater. Wollt ihr nach der Tracht Prügel-Raisins-Kalender kaufen? Was geht dazu sagen? Die hat einen Fingerniegel. Mach's mal ab, Alter. Die hau ich jetzt wieder an den Rand. Bam. Oh, oh. Lasst meinen Schatz in Ruhe. Ja, verpiss dich bald mal, Alter. Halt den Beinbruch. Oh, Jimmy hat nicht mehr so viel, äh, Dings. Leben. Was mach ich denn mal mit Jimmy, Jimmy? Verspätzer würdet und heilt ihn. Nee, ich müsste Jimmy mal heilen. So, jetzt kann ich ihn... Ja, warte mal. Stell mal den da hinten hin. Nein. Ich raffe immer nicht, wo der trifft. Du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. So. Ich würd dann... Ja, ich würd das machen. Wieder zu schnell gedrückt. Naja, wie ist es tot. Au. Du bist aus der Friendzone geflogen. Au. Okay, los geht's. Ich bin aus der Friendzone geflogen? Das heißt, ich hab wieder Chancen. Okay. Äh, Crack. Oh ja. Die stehen in einer Reihe, die Bitches. Könnt mir dich egaler sein. Ja, Treffer reicht für einen Homerun. Yeah, Baby. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy, Schnucki. Oh. Nicht schon wieder. Bezaubert. Ansteckung signed. Okay. Äh. Was ist denn das? Erzeuge Ekel bei Feinden in der Nähe und verstärke deinen Angriff. Äh. Samstag stelle ich am liebsten den ganzen Tag mit einer fetten Blutkonserve. Ich nehm mal B. Sieh kein Fett. Du hast einen ziemlichen Zugang, Leib. Ach, der lebt dahinter, Ehe. Äh. So. Ich wollte in der Limo, aber jetzt ist es wohl zu spät. Oh, gut. Ja, das waren die Raisins Girls. Butters war ja mal in einer Folge in ein Raisins Mädel verknallt. Okay, wo bin ich? Ah. Arsch Held? Was ist denn für... Arsch Held? Das ist mein Kryptonit. Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben. Ist schon okay. Ich bin in deinem Team Arsch, Kind. Mir könntest du's sagen. Zeig mir mal dein Charakterprofil. Ich bin in deinem Team Arsch, Kind. Das muss ich jetzt auswählen. Raisins Girls, Chaos Kinder. Alte Leute, Ninja, Vampire, Krebsmenschen, ja, das kommt wahrscheinlich alles noch vor. Ich würde sagen, alte Leute. Ja, alte Leute sind voll eklig mit ihren Falten und ihrer Weisheit. Ja. Super, erledigt. Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Moskito macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Cool, Freund. Moskito. Du kannst in der Verbündeten App dein Team bearbeiten. Jetzt mal her. Oh, jedes Mal drücke ich wieder. In der Verbündeten App. Mach ich doch. Sieh an. Hä? Ja, ich kann doch gar nicht. Aber den? Ich weiß nicht so genau, weil der kann heilen. Der kann zwar auch heilen, aber der kann irgendwie besser heilen. Los geht's! Ich nehm mal Jugendkite mit. Ich nehm mal Jugendkite mit, genau. So, Raisins. Kann ich mich da drin nochmal umgucken? Die Feuerfritten dazu? Oh ja, extra scharf. Kutkuchen. Die hat aber nicht Schätzchen gesagt. Äh. Äh. Ach, da unten. Fall. Gleitsgaragenschlüssel, ja. Gut, dass ich nochmal reingegangen bin. Oh, du bist ein Sprengmeister. Geil, mach mir ein Selfie. Boah, der mag Sprengmeister. Juhu. Bill. Schönes Pick. Wie glaub ich denn jetzt? Mega schwul, oder? Ach, das sind die beiden, die sind alles schwul. Richtig schwul, sorry. Ach so. Tut mir leid, ich folge nur Pflanzmagiern. So, im VIP-Bereich hier hinten komme ich wohl nicht hier rein. Ich mache nur Selfies mit Assassinen. Da stehe ich total drauf. Da steht er total drauf. So, mehr gibt es hier nicht. Ist da was von E-Sports? Nee, ESPC. Das ist eine ATM. Oh, hier war es hier drin, glaube ich. Kinder aus der Gegend sagen, Kommen, die Verfilmungen sind noch cool. Hey, Schwanzgesicht. Oh, dein Superfreund Moskito sollten besser vorsichtig sein. Kann ich hier auch Kunstogramm. Ah, hier kann ich auch die Kack... Ah, Lexus. Lexus, das war übrigens die alte, die mit Butters, äh... Zumindest Butters scharf drauf war. Hey, du bist der Niete. Haha, wir sind beide Nieten. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ach, hier ist es schön. Kann ich Verlauf angucken hier. Sehr nice. Nee, jedenfalls dachte Butters, das wäre seine Freundin. Dabei wollte die nur... Trinkgeld. Hallo! Wo sind die blöden Viecher? Die haben 15... Ah, das ist cool. Da kann ich... Kann ich sehen, wie stark die Gegner sind. Kann ich nicht vorbeilaufen. Okay. Dann ist da wohl erstmal Ende. Bin ich denn da oben? Ich müsste zu Fahrraum Maxi. Dazu muss ich wieder unten hin, durch die Gasse. eine Straße unten drunter. Die Erinnerbären habe ich schon gesammelt. Ich muss verfallen, dass ich gegrült werde. Jaja. Alles cool, Digga. Und auch das Postkarte. Ich glaube, Schrott kann ich bei den Händlern auch verkaufen. Ich muss da mal gucken. Hey, Neu. Dieses Mädchen lass mich nicht locker. Kannst du mir nochmal helfen? Und sie mir vom Hals schaffen. Klar. Raisins drehe durch. Meistere alle Raisins Ripper Titel auf dem Charakterboden. Jetzt nicht. So, warte mal. Jetzt, Pfarrer Maxi müsste hier dann hier links rum sein. Da ist die Church. Ja. Geh mal links lang. Warte mal, was ist denn da oben? Ja, geil. Was ist denn jetzt da raus? Hallo? Kage. Ne, hier war ich noch gar nicht. Daily Award. Abhörset. Derby Sieger tötet Alien. Zeig das Ausstatt. Ja. Oh, hier ist er. Twilight. Boyzu. Oh, nicht schlecht. Kalte Pizza. Bye, bye. Das ist die Mucke aus der Boygroup-Serie, äh, aus der Boygroup-Folge. Das ist noch ein Lager. Hallo, Typ. Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Bin ich doch. Krasses Spektakel gestern Abend. Krasses Spektakel. Donnerlich. Tschüss. Wie bist du denn? Ich verurteile dich nicht. Jeder nach seiner Fasson. Dann kann ich dich auch vor die Nase furzen. Unplant Parrot. Ah, die Abtreibungsklinik. Guck mal nochmal. Na ihr? Ist deine Mama hier? Geh und warte draußen an der Straße auf sie. Das Maul. Ups. Sorry, ich mag keine Kinder. Ja. Wundert mich nicht. Solange es noch geht. Nö, danke. Hm. Was gibt's denn hier Schönes? Klebeband und Pümpel. Oh, Pümpel. Ich will mal verkaufen. Kann ich hier irgendwie Schrott verkaufen? Und de facto brauchst du hier Komponenten. Wie kann ich denn hier meinen Schrott verkaufen? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Hass-Schmiede. Die Abtreibung ist legal. Rumlunger nicht. Boah, das ist natürlich nicht schlecht, das Ding. Ein mächtiger hinterwettener Energieleiter, der soziale Intoleranz in kinesische Energie umwandelt. Nice. Das sind Komponenten, aber was ist denn hier mit den Ich glaube, ich kann den Scheiß alle gebrauchen, oder? Ich weiß es nicht. Hier habe ich zum Beispiel Schrott. 176 Schrott. Wenn ich sie verkaufe. Das haben wir Schrott um Artefakte. Nee, verkaufst du es nicht. Lass mich rein! Hm. Okay, ist nichts weiter. Ich würde sagen, nächste Folge dann bei Pater Maxi. Bis dann!